Guten Vormittag zusammen und willkommen zur Ankündigung zum Vlog Nummer 1172 mit am Start hier der Flavikant. Juna sehe ich gerade noch nicht, doch die sehe ich, die sitzt im Büro, die ist also auch da. Bedeutet, wir sind alle vollzählig am Start und können jetzt erstmal loslegen, wenn auch eine sehr ungewohnte Uhrzeit heute ist. Aber hey, macht nichts, wir haben ja trotzdem einiges auf dem Themenzettel. Wer also gerade ein bisschen Zeit mitbringt und Lust und Laune auf absolut ist halbischen Irrsinn hat, nach der weiß ja, wo er es findet. Erster Link in der Infobox bzw. bei Twitter oben in der Feed-Beschreibung. Und dann richte ich mal eben alles ein. Hier steht natürlich das Stream-Handy schon aufgebaut. Verteile noch die Links und dann starten wir auch direkt. Wir haben es jetzt 11.03 Uhr am Dienstag. Gebt mir noch so 10 Minütchen. Wenn ihr das Ankündigungsvideo später seht, dann wisst ihr, der Vlog ist ja schon lange da. Aber jetzt wird direkt erstmal losgelegt.